Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und möchte heute mit dir über ein Thema in dieser Folge sprechen, um das Thema Selbstwert oder auch über das Thema Selbstwert als Therapeut. Mein Wert, den ich mir selber gebe, im privaten Bereich oder eben auch als Therapeut. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf das wir immer wieder stoßen, auch mit unseren Ausbildungsteilnehmern, die bei uns in der Ausbildung sind, weil da stecken so viele Themen drin. Da stecken so viele eigenen Geschichten drin, da stecken so viele eigene Sachen drin. Da spielt auch so ein bisschen das Thema Abgrenzung eine Rolle, gleichzeitig Wertigkeit. Wie viel Wert muss ich meinem Patienten geben? Und viele, die anfangen in einer Ausbildung bei uns, haben auch schon eigene Erfahrungen gemacht. Die haben Krisen bewältigt. Sie haben vielleicht auch schon mal eine psychische Erkrankung hinter sich gebracht und fragen sich jetzt, bin ich ausreichend? Darf ich das dann überhaupt machen? Darf ich die Ausbildung machen? Sollte ich die Ausbildung machen, wenn ich schon eigene Verletzungen erlebt habe, wenn ich eine Krise erlebt habe? So, nun, ich bin der Meinung, dass jeder, der eine Krise erlebt hat und der schon auch einmal eine Erkrankung durchlebt hat, noch mal ganz anders das Gegenüber verstehen kann. Und deswegen nutze ich dieses Beispiel immer so gerne mit, wie wir es schaffen können, eben eine Wunde, die wir selbst erlebt haben, in eine Perle zu verwandeln. Und mit dieser Perle meine ich dann eben dieses Gefühl, wie kann ich das, was ich mal erlebt habe, wo ich sehr stock war, wo ich gefangen war, wo ich nicht rausgekommen bin und ich dann einen Weg gefunden habe, dann halte ich es für total sinnvoll, wenn ich es schaffe, rückwirkend zu schauen, wie habe ich es denn hinbekommen, aus dieser Geschichte rauszukommen, aus dieser Befindlichkeit rauszukommen, aus dieser Krise diesen Weg dann eben für mich selber auch nachzuzeichnen und wenn es auch mit Hilfe von anderen Menschen ist, das ist gar kein Problem, um dann zu sagen, okay, und das versuche ich jetzt anderen Menschen auch mitzugeben. Und schon hast du eben, wie gesagt, aus etwas, was nicht gut gelaufen ist für dich, wo du jetzt vielleicht sagst, vermeintlich schlimme Geschichte, etwas Positives gemacht. Und wir lernen eben nur durch Erfahrung, eben durch tiefgreifende Erfahrung. Je emotionaler etwas ist, desto mehr und stärker ist die Lernerfahrung. Das gilt für gute Dinge, aber natürlich auch für die Dinge, die wir in erster Linie manchmal negativ beurteilen. So, und stell dir das vielleicht mal vor, wie du in deiner eigenen Praxis sitzt, in einer Psychotherapie-Praxis und ein Patient kommt zu dir und der hat eine depressive Episode und du merkst, dass du ihn verstehst. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass derjenige, der zu dir gekommen ist, auch spürt, ob du schon etwas erlebt hast. In der Art und Weise, wie du zuhörst, wie du deine Gestik, deine Mimik ist, dein Verständnis, da werden Dinge ausgesendet, die eben nicht immer nur verbal ausgedrückt werden, sondern eben ganz viel auch über dieses intuitive Spüren. Und deswegen ist es, finde ich, so wichtig, auch dieses Thema mit dem Selbstwert nochmal anzugehen, weil das eben ein großes Thema ist. Weil, wenn wir jetzt gerade angefangen haben, in eigener Praxis zu sein, dann ist so dieses Gefühl da vielleicht, also ich kannte das auf jeden Fall, vielleicht kennst du das auch, wenn du schon in Praxis bist oder du kannst es dir vorstellen, ist, dass du am Anfang vielleicht solche Gefühle hast wie, ich muss es jetzt besonders gut machen. Ich muss besonders gut sein. Jetzt, mein Gegenüber gibt mir ja sogar noch Geld dafür. Dann denken manche, okay, dann mache ich es so, dass ich einfach ein bisschen weniger Geld nehme oder wenig Geld nehme, dann ist der Druck für mich auch nicht so groß. Also sie koppeln das auch an das Geld zum Beispiel, meinen eigenen Selbstwert an das Geld zu koppeln, was ich von meinem Gegenüber nehme. Vielleicht kennst du das auch. Oder, dass du solche Gefühle, das kenne ich am Anfang, dass ich sozusagen für den Patienten, für den Klienten arbeiten wollte, weil ich sozusagen ja schon ungefähr verstanden habe, was so die Themen sind. Da gilt es immer wieder, meine Empfehlung, liebevoll zurückzutreten, Forscher zu sein, auch wenn wir die Dinge schon kennen, von der Thematik her, von den Symptomen her, nochmal uns ganz neu einzulassen. Und das erkläre ich meinen Patienten auch, damit wir lernen dürfen, in den Schuhen unseres Patienten zu gehen. Wie sind die? Eng, groß, lang, breit, schmal. Und wenn ich sozusagen lerne, in den Schuhen meines Gegenübers zu gehen, in den Gedankenmustern, in den Gefühlsmustern meines Gegenübers zu verstehen, dann kann ich verstehen, wie es möglicherweise dazu gekommen ist, dass er jetzt in der Situation ist. Und dann kann ich ihm möglicherweise zu anderen Schuhen verhelfen oder dass wir sozusagen mit den Schuhen einen anderen Weg gehen können, der es ihm angenehmer macht im Leben. So, und es gibt so einen Satz, never work harder than the client. Also, arbeite niemals härter als dein Klient oder dein Patient. Und das haben vielleicht auch schon einige von euch erlebt, dass in meiner Anfangszeit habe ich das auch erlebt, dass ich, ich hatte, ich war vorbereitet, ich hatte Intervention, ich war ein Interventionsfeuerwerk. Ich hatte so viel gesammelt, mir vorbereitet. Und dann gab es so ein Gegenüber, und das habe ich damals noch nicht verstanden, weil man aufgeregt ist und ganz am Anfang ist, dass dann so immer so in dieser Art, ja, kenne ich schon, funktioniert bei mir nicht, hm, komische Geschichte. Also, der Patient lässt sich nicht darauf ein. Und du versuchst und machst und arbeitest und gerätst dadurch natürlich auch in so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Und auch das ist wichtig, mal zu spüren, ja, wenn ich in so eine Gefühlsempfindung komme und mal zu gucken, aha, woran liegt das jetzt gerade eigentlich? Damit ich nicht solchen Mustern weiterfolge, dass ich mich jetzt abarbeite. Und das ist etwas, finde ich, auch eine wichtige Therapeutenqualifikation, die wir lernen dürfen. Dass wir lernen dürfen, okay, mit welchen Gefühlen bin ich eigentlich konfrontiert? Während einer Therapiesitzung. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen spalten. Einerseits bei dem Patienten sein, voll und ganz. Und auf der anderen Seite so eine Vogelperspektive bewahren, auch für uns, weil das natürlich wiederum hilft, auch dann in diesem Prozess zu verstehen, okay, jetzt komme ich gerade, jetzt arbeite ich möglicherweise härter. Und aus welchem Gefühl heraus entspringt dieses Gefühl, dass ich härter arbeite? Und ich lade dich jetzt noch mal kurz ein, wenn du magst, mal darüber nachzudenken, was bedeutet Selbstwert eigentlich? Selbstwert, was bedeutet das für dich? Das ist manchmal vielleicht auch so ein abstrakter Begriff. Also dieses Gefühl, ich fühle mich wertvoll. Oder wie ich mal gehört habe, du bist kein kleiner Wicht, du bist unendlich wichtig. Wow, das mal wirken zu lassen auch. Ich bin wichtig. Wer von uns kennt das? Oder wer vielleicht kennt das auch nicht? Weil wir, wenn wir ehrlich sind, lass uns mal überlegen, wann erlebe ich so ein Gefühl? Wenn ich Menschen befrage oder so, wann hast du das Gefühl von Selbstwert? Dann sagen viele Menschen, wenn ich ein Erfolgserlebnis hatte oder ja, wenn ich geliebt werde von anderen, wenn ich von anderen ein Lob bekomme, wenn ich von anderen Anerkennung bekomme, wenn ich Patienten helfen konnte und die mir das spiegeln, wenn ich einen Job habe. Okay, ist nachvollziehbar. Aber kannst du auch nachvollziehen, dass wir jetzt über Dinge im Außen gesprochen haben? Das heißt, da ist etwas abhängig von außen geworden. Das heißt, in diesem Fall sprechen wir gar nicht so sehr über Selbstwert, sondern eher über Fremdwert. Also welchen Wert mir Fremde geben und ich habe das Gefühl, dass ich daraus zu einem Selbstwertgefühl komme. Und das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss. Weil was ist denn, wenn ich jetzt kritisiert werde? Bin ich dann wertlos? Wie gehe ich damit um? Und vielleicht kennst du dich auch noch, wenn du ein Kind hast, wenn du ein kleines Kind hast, wie war das damals, als es irgendwie noch ganz klein war und als es Bäuerchen gemacht hat, als es gepupst hat, da haben wir es doch noch gelobt dafür. Und wir haben unser Kind, ich finde das immer ein gutes Beispiel, die meisten von uns haben das Kind um ihrer Selbstwillen geliebt. Es gab auch viel Ärger und Stress und Nerven, die es uns gekostet hat. Jedenfalls kenne ich das. Aber wir haben es um es selbst geliebt. Es gab nichts zu tun. Und das finde ich eine ganz wichtige Verknüpfung. Vielleicht kannst du da mitgehen, dass es einerseits etwas gibt, so etwas wie ein Tun, um etwas zu sein. Das ist so ein inneres Gefühl, wo Menschen danach streben, ich tue etwas, um mir zu erhoffen, dass ich am Ende etwas bin oder dass ich in das Sein komme. Und das ist für viele Menschen sehr, sehr anstrengend. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht gut genug, was übrigens auch so ein innerer Antreiber ist, so ein kleiner Verweis auf Transaktionsanalyse, das innere Antreiber-Modell. Wenn ich so ein innerer Antreiber, ich bin noch nicht gut genug oder perfektionistisch, dann versuche ich mir Techniken anzueignen, dann ist es sehr anstrengend. Dann ist es sehr anstrengend. Wenn ich es schaffe, in einem, und das kann man nicht immer davon sprechen, dass ich es schaffe, das ist auch etwas, was eher so empfangen wird, sage ich mal, passiv, wenn ich im Gefühlszustand des Seins bin, im Sein, vielleicht kennst du das, du hast das auch schon mal erlebt, dann ist das Tun nicht mehr so anstrengend. Oder dann gibt es keine Anstrengung. Wenn ich selbst so stark mit mir verbunden bin, dann gibt es dieses Tun der Anstrengung eben nicht so oder nicht so stark. Dann ist das eine andere Art von Erschöpfung. Ich spüre das auch. So am Ende eines Tages, wo der Unterschied war, wo ich mehr im Tun vielleicht war oder wo ich mehr im Sein war. Also es geht jetzt nicht wieder um, oh, es muss so sein. Ja, dann sind wir schon wieder aus meiner Sicht im falschen Film. Ich lade dich ein, dir darüber erstmal bewusst zu werden und möchte dir an dieser Stelle vielleicht auch so einen kleinen Tipp geben, wenn du Lust hast, was du tun kannst oder beziehungsweise was mir geholfen hat. Ich habe nämlich gemerkt, wenn ich eigentlich eher mit mir selber war, sozusagen immer so, ich muss das, damit der Patient, also wenn ich in den eigenen Ängsten gerade am Anfang so war, oh, ich muss gut genug sein, ich muss das und die Technik und dies und dies und dies, dann war das für mich Anstrengung. Wenn ich aber mich innerlich vorher verbunden habe, das hat was mit einer inneren Haltung bei mir zu tun, eine inneren Haltung zu entwickeln, dass ich etwas für einen größeren Zweck mache. Also ich verbinde mich mit etwas Größerem. Nämlich, dass ich wünsche oder dass ich der bestmöglichste Kanal sein möchte, um jemandem anderen zu helfen und zu unterstützen. Und dann habe ich die Chance, dass ich mehr selber, gehirnbiologisch, auch in einen Gehirnbereich komme, der ist Selbstes, also das Selbst als Begriff wirklich, kennen wir aus der Persönlichkeitsforschung, wo ich auch viel mehr Zugang zu meiner Kreativität habe. Ich gehe so ein bisschen weg von mir, so, dass ich jetzt alles leisten muss, hin in einen Kanal, der in etwas Größeres einmündet. Das klingt jetzt vielleicht sehr spirituell, das kann man auch so spirituell deuten, aber muss man gar nicht. Also ich habe zum Beispiel erlebt, dass Frauen, die geraucht haben und schwanger waren, relativ schnell, nachdem sie erfahren haben, dass sie schwanger sind, aufgehört haben zu rauchen, weil sie in dieser Verbindung mit dem Größeren, diesem ungeborenen Kind, diesem ungeborenen Leben, was so unglaublich schutzbedürftig ist, dass sie es dann geschafft haben. Und manchmal hilft solche Vorstellungen, bei Kindern, dass wir es damit einfach leichter haben. So, und dazu möchte ich dich einladen, das mal vielleicht zu schauen, wo kannst du es schaffen, mehr in das Sein zu kommen. Wie passiert das? Wann kommst du in diesen Glückszustand des sogenannten Flows, wenn wir im Flow sind, dieses Gefühl, wo wir uns selbst vergessen, wo wir irgendwie nicht mehr so viel nachdenken. Und trotzdem möchte ich nochmal ganz wichtig sagen, darüber mache ich irgendwann auch nochmal ein Video, wie wichtig einmalseits das Bewusstsein ist, der Verstand und das Unbewusste, das Selbst, die Kreativität. Wir brauchen beides, aus meiner Sicht, um sauber und gut und hilfreich zu arbeiten, integrativ zu arbeiten. Ein zweiter Tipp, den ich dir vielleicht geben möchte, weil ich weiß, damit wir aus diesen Prozessen vielleicht besser aussteigen können, uns das bewusster zu machen, ist erstmal genau zu erkennen und mal aufzuschreiben, welche Selbstwertfresser gibt es denn in mir? Ich nenne das jetzt mal bewusst Selbstwertfresser. Wow, okay. Wann frisst etwas an meinem Selbstwert? Und zwar ganz ohne Urteilen. Erstmal das aufzunehmen, das aufzuschreiben, weil das ist ein tiefgreifender Prozess mit diesem Selbstwert. Ich kann jetzt hier nur kurz eine Episode mal darüber machen, um es mit dir mal anzusprechen. Das Ganze geht natürlich noch viel tiefer und darf liebevoll eingeübt werden. Auch das kann eingeübt werden. Aber es ist aus meiner Sicht wichtig, weil sonst laufen wir Gefahr, eben auch als Therapeuten auszubrennen oder den Spaß, die Freude zu verlieren, wenn wir das Gefühl haben, jemand kommt zu uns, gibt uns das und das Geld und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt richtig in die Leistung gehen. Dann sind wir häufig wieder bei unserem eigenen Thema und das ist einfach so. Und ich finde, dann dürfen wir auch auf uns selber ganz liebevoll schauen als Forscher und sagen, ach, das ist ja interessant. Ach, guck mal, jetzt kommt wieder dieses Gefühl in mir hoch. Okay, das sollte ich mir kurz merken für nach der Therapiestunde, dass ich selber noch mal so ein bisschen schaue, okay, wie wirkt das dann auf mich? Wann habe ich mich wieder angestrengt? Wie gehe ich nach so einer Therapiestunde raus? Bin ich noch entspannt? Oder habe ich das Gefühl, wie Anselm Grün es einmal gesagt hat, dass ich vielleicht, das ist ein spiritueller Lehrer, der in einem Kloster lebt, dass ich vielleicht aus den falschen Quellen schöpfe. Nicht die Quellen mit frischem, gesundem Wasser, die mir Kraft geben, sondern vielleicht aus Quellen, die mich eher runterziehen, die mich wirklich fertig machen oder die mir das Gefühl geben, ich bin total erschöpft. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge einen kleinen Impuls geben, worüber du vielleicht Lust hast, ein bisschen einmal auch nachzusinnen. Wie gesagt, ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges ist. Wenn du Lust hast, schreib mir gerne Kommentare, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst und wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und wir auf diese Art und Weise miteinander verbunden bleiben. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich, auf die nächste Folge mit dir. Bis bald, dein Dirk. Der Dirk. Der Dirk.